Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einem kurzen Überblick über die Gefahren des elektrischen Stroms und wie man sie beherrscht. Einem Video der Elektroschutzgemeinnützige Privatstiftung ESF Vienna. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Ernst Schmautzer. Bis vor zwei Jahren war ich Mitarbeiter am Institut für elektrische Anlagen und Netze der TU Graz, wo ich auch heute noch Lehraufträge ausführen darf. Seit meiner Pensionierung bin ich wieder verstärkt selbstständig tätig und berate vom Einzelunternehmen, gemeint sind da Elektriker und Elektroplaner, bis hin zu großen Aktiengesellschaften bei kleinen und großen Projekten. Schwerpunkte meiner Arbeiten sind Schutzmaßnahmen, Energieeffizienz, Erdungs- und Potenzialausgleichssysteme, EMV und elektromagnetische Felder. Beim österreichischen Verband für Elektrotechnik, OVE, bin ich Mitarbeiter in einigen technischen Komitees sowie Mitarbeiter bzw. Vorsitzender in einigen Subkomitees. Unser Alltag ist ohne die Nutzung von elektrischem Strom, das heißt elektrische Energie, kaum vorstellbar. Strom ist ein hochwertiger und weit verbreiteter Energieträger wie Öl, Gas oder Fernwärme. Der Vorteil von Strom ist, dass er leicht transportierbar und in andere Energieformen wie zum Beispiel Wärme, Licht oder mechanische Energie umgewindelt werden kann und dass bei dieser Umwandlung im Vergleich zu anderen Energieträgerformen nur wenig Verluste auftreten. Strom wird überall, zum Beispiel in Haushalten, Büros, Gewerbe, Industrie und in öffentlichen Einrichtungen für die Energiedienstleistungen Beleuchtung, Antrieb von Motoren, Kühlung, Heizung, Klimatisierung, insbesondere aber auch im Bereich der Informationstechnologie, in der Kommunikations- und Telekommunikationstechnik die Mess-, Steuer- und Regeltechnik für Computer, Handys und so weiter verwendet. Auch für die Elektromobilität von Straßenbahnen, U-Bahnen, Zügen und Elektroautos wird, wie der Name schon sagt, Strom benötigt. Auch erneuerbare Energieträger, zum Beispiel Photovoltaik, Wind und die Nutzung von Wasserkraft sind ohne Strom kaum denkbar. Strom liefert daher auch einen entscheidenden Beitrag für das Gelingen der Energiewende. Mit der Nutzung von elektrischem Strom sind aber, und man möchte sagen leider, auch einige Gefahren verbunden, die aber durch spezielle Schutzmaßnahmen und Schutzvorkehrungen innerhalb gesellschaftlich akzeptierter Grenzen gehalten werden können. Die physikalischen Wirkungen des elektrischen Stroms können als Wärmewirkung, Lichtwirkung, elektromagnetische Wirkungen, elektrolytische Wirkungen und Wirkungen des Stroms auf den Menschen beschrieben werden. Folgende Gefahren, die durch den elektrischen Strom verursacht werden, sind dabei zu beachten. Erstens die Durchströmung des Körpers. Das geht vom elektrischen Schlag, vom Schock bis zum Herzkammerflimmern und dem Tod eines Verunfallten. Verbrennungen, die zum Beispiel durch zu heiße Oberflächen von elektrischen Betriebsmitteln entstehen können. Brände, die durch Funken, durch Störlichtbogen entstehen. Aber auch Gase oder Stäube können gezündet werden durch erhöhte Temperaturen oder durch Funken. Grundsätzlich sollen jedoch die Gefahren bei der Nutzung von Geräten und elektrischen Anlagen entstehen können, möglichst vermieden werden. Dabei sind die bestimmungsgemäße Nutzung aber auch ein zu erwartender Missbrauch zu berücksichtigen. In elektrischen Anlagen muss daher sichergestellt werden, dass der Schutz gegen elektrischen Schlag, gegen thermische Einflüsse bei Überstrom, bei Fehlerströmen, bei Über- oder Unterspannung, bei Unterbrechung der Stromversorgung oder bei Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern gegeben ist. Der Schutz gegen diese Gefahren erfolgt mittels sogenannter Schutzmaßnahmen. Als Schutzmaßnahmen werden geeignete Kombinationen von sogenannten Schutzvorkehrungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag bezeichnet. Die Schutzmaßnahmen dienen dem Schutz von Personen und Tieren, um gefährliche Körperdurchströmungen infolge von Berührungsspannungen zu vermeiden. Dabei sind die sogenannten Netzsysteme, die im Folgenden beschrieben werden, als Basis für Schutzmaßnahmen mit und ohne Schutzleiter zu unterscheiden. Eine Schutzvorkehrung kann eine Maßnahme, ein Verfahren, ein Bauteil oder ein Vorgang sein. Als Maßnahme gilt zum Beispiel eine Absperrung, ein Verfahren, zum Beispiel die farbliche Kennzeichnung von Leitern, grün-gelb ist bekannt die Farbe des Schutzleiters, ein Bauteil wie die Isolierung, ein Leitungsschutzschalter, ein FI-Schutzschalter, ein Leistungsschalter oder ein Vorgang, das wäre zum Beispiel eine Handlungsanleitung in einer Gebrauchsanweisung oder in einer Unterweisung. Eine Schutzmaßnahme besteht aus mehreren Schutzvorkehrungen und in Österreich wird einem dreistufigen Schutzkonzept gefolgt. Es besteht aus dem Basisschutz, dem Fehlerschutz und dem zusätzlichen Schutz, dem Zusatzschutz. Das dreistufige Schutzkonzept basiert auf dem sogenannten Basisschutz, dem Fehler- und Zusatzschutz. Schutzvorkehrungen sind wie bereits gesagt entweder Maßnahmen, Verfahren, Bauteile oder Vorgänge. Beim Basisschutz sind dies zum Beispiel die Basisisolierung von aktiven Teilen, Betriebsmittelisolierungen, Abdeckungen, die Montage von Betriebsmitteln außerhalb des Handbereichs und in Sonderfällen Self und Pelf mit einer Spannungsbegrenzung hier zum Beispiel 25 Volt. Beim Fehlerschutz ist dies zum Beispiel die Überstrom- Schutzeinrichtung, die Fehlerstromschutzeinrichtung, die Abschaltung beim ersten Fehler durch Leitungsschutzschalter, Schutzpotentialausgleich, Schutzisolierung, Schutztrennung und wieder Self und Pelf. Wobei zu beachten ist, dass die kleine Spannung Felf keine Schutzmaßnahme ist. Beim Zusatzschutz ist dies typischerweise ein FI-Schutzschalter mit 30 mA. Bauform G mit einer Ausschaltzeit von 40 Millisekunden. Was kann man sich nun unter dem Begriff Netzsysteme vorstellen und welche Bedeutung haben sie in Bezug auf die Schutzmaßnahmen? Elektrische Netze kann man nach der Stromart, der Art und Anzahl der Leiter und der Art der Erdverbindungen des Systems, das heißt für die Quelle und die Körper der Betriebsmittel in der Anlage unterscheiden. Dabei gilt der erste Buchstabe der Kennzeichnung der Erdverbindung der Quelle, zum Beispiel Trafo oder Generator. Der zweite Buchstabe der Erdverbindung gilt der Erdverbindung der Körper in der Verbraucheranlage. Weiters gibt es einen oder zwei weitere Buchstaben S oder C. Sie beschreiben die Behandlung des Neutral- und des Schutzerdungsleiters. Als Beispiel möchte ich hier nun das TN-System und im Speziellen das TN-CS-System, das in Österreich vorwiegend zur Anwendung kommt, beschreiben. Das TN-CS-System ist eine Kombination aus dem links dargestellten TN-C- und TN-S-Systemen. Links in diesem Bild sieht man die Stromquelle, Generator oder Trafo. Der Sternpunkt der Quelle ist geerdet, Systemkennzeichnung T. Der Körper der elektrischen Betriebsmittel sind mit dem geerdeten Punkt der Stromversorgungssystem und dem Anlagenerder verbunden, Systemkennzeichnung N. Das Verteilnetz ist als TN-C-System ausgebildet, vier Leitersystem, Leiter L1, L2, L3 und der PEN-Leiter. Am Übergabepunkt vom Verteilernetz in die Verbraucheranlage, am Hausanschlusskasten, wird der PEN-Leiter in den Neutralleiter und den Schutzleiter aufgeteilt, TNS-System. Die Verbindung des N-Leiters und des Schutzleiters wird in Österreich Nullungsverbindung genannt. Die Verbraucheranlage wird als 5-Leitersystem installiert und zwar aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Minimierung von Beeinflussungsspannungen. In dieser Darstellung werden das TT-System, bei dem sowohl die Quelle als auch der Körper der Betriebsmittel in der Anlage geerdet sind, dargestellt. Wichtig dabei ist, dass die Erdungsanlagen voneinander getrennt und unabhängig sind. TT-Systeme sind in Österreich nur in Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel in der Nähe von elektrifizierten Bahnanlagen, in der Nähe von Höchstspannungsanlagen oder im Bereich von Mittelspannungsanlagen, wo es zu Spannungsverschleppungen im Falle eines Erdschlusses kommen kann. Bei IT-Systemen ist in der Anlage eine zusätzliche Erdung des PE-Leiters gefordert. Ein N-Leiter kann vorhanden sein. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass im Falle eines Erdschlusses erhöhte Spannungen an den Außenleitern und dem Neutralleiter auftreten und daher geeignete Betriebsmittel verwendet werden müssen. Eine Verbindung mit Erde über eine ausreichend hohe Impedanz an der Stromquelle ist zulässig. Üblicherweise ist das das Isolationsmesssystem. Hier folgt nun eine Übersicht über die Schutzmaßnahmen mit und ohne Schutzleiter und die Zuordnung der Schutzverkehrungen zu den Schutzmaßnahmen. In der ersten Zeile findet sich die Schutzmaßnahme Nullung, Fehlerstromschutzschaltung, Überstromschutzerdung und Isolationsüberwachung. In der ersten Spalte findet sich dazu gehörige Schutzverkehrungen, Basisschutzverkehrung, Fehlerschutzverkehrung und zusätzlicher Schutzverkehrung. In der Tabelle dann die den Schutzmaßnahmen zugeordneten Vorkehrungen für Basisfehler und Zusatzschutz. Bei Nullung zum Beispiel die automatische Abschaltung beim ersten Fehler durch Leitungsschutzschalter. Bei einem FI-Schutzschalter erfolgt die Abschaltung zum Beispiel durch den FI-Schutzschalter. In Isolationsüberwachungssystemen wird bei ersten Fehler nur eine Meldung ausgegeben oder Warnung und erst beim zweiten Fehler abgeschaltet. Die Begrenzung der geforderten Abschaltzeiten ist dann in einer der nachfolgenden Tabellen zu sehen. Zusätzlich, wir sind ja hier bei den Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter, gibt es einen Schutzpotentialausgleich. Als zusätzliche Schutzverkehrung gilt in Österreich der 30 mA-FI-Schutzschalter. Der Bauform G mit einer Abschaltzeit von 40 ms. Zusätzlich wird in manchen Fällen ein zusätzlicher lokaler Schutzpotentialausgleich gefordert. In dieser Tabelle sind die Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter zusammengefasst. Dagesstellt sind die Schutzmaßnahmen Schutzisolierung, Schutztrennung für ein oder mehrere Betriebsmittel sowie die Sonderfälle Kleinspannung, hier zum Beispiel 25 Volt, Self oder Pelv. Nach der allgemeinen Darstellung der Schutzmaßnahmen mit und ohne Schutzleiter sowie der zugehörigen Schutzverkehrungen möchte ich nun einige Details zum TN-System mit der Schutzmaßnahmen Nullung wie in Österreich üblich vorstellen. Die Schutzmaßnahmen Nullung ist in Österreich gemäß Nullungsverordnung verbindlich auszuführen. Das Verteilernetz muss für die Anwendung der Schutzmaßnahmen Nullung freigegeben werden. Die Schutzmaßnahmen Nullung erfordert ein TN-System und die Betriebserdungen im Verteilernetz müssen den Anforderungen für ein TN-System entsprechen. Üblicherweise gelten zwei Ohm für die Gesamtheit aller Betriebserde als ausreichend. Genullte Anlagen müssen eine geeignete, dauerhafte Anlagenerdung im Bereich der Verbraucheranlage aufweisen. Rechts im Bild sieht man einen typischen Hausanschlusskasten. Aus dem EVU-Bereich kommt ein TN-System, vierpolig mit einem Pennleiter. In der Verbraucheranlage wird der Pennleiter auf einen N- und PE-Leiter aufgeteilt. Dies erfolgt im Bereich der sogenannten Nullungsverbindung. Um die Gefahr für Menschen hinsichtlich der Wirkungen des elektrischen Schlags zu minimieren, müssen bestimmte Ausschaltbedingungen eingehalten werden. Dies betrifft vor allem die Ausschaltzeit. Da gilt, je kürzer die Ausschaltzeit, umso geringer ist das Risiko des elektrischen Schlags für Menschen. In der Praxis haben sich zum Beispiel Ausschaltzeiten von 0,4 Sekunden in TN-Systemen und 0,2 Sekunden in TT-Systemen aufgrund der höheren zu erwartenden Fehlerspannung in 230-400-Volt-Systemen bewährt. Da jedoch die direkte Überprüfung der Ausschaltzeit in der Praxis außerordentlich schwierig ist, wird ein anderer, das heißt ein indirekter Weg, beschritten, um das erforderliche Schutzniveau, die erforderliche kurze Ausschaltzeit sicherzustellen. Der Praktiker überprüft dabei die Schleifenimpedanz ZS, die Impedanz der Fehlerschleife, gebildet aus dem Hin- und Rückleiter, aus der Summe der ohmschen und induktiven Widerstände. Im TN-CS-System wird dabei die Schleifenimpedanz ZS zwischen dem Außenleiter und dem Schutzleiter PE mit einem Prüfgerät gemessen. Diese Schleifenimpedanz muss dann kleiner oder gleich der Nennspannung U, Außenleiter gegen Erde, dividiert durch den Ausschaltstrom der Schutzeinrichtung sein. Dann ist die erforderliche Ausschaltzeit eingehalten. Der Ausschaltstrom Ia der Schutzeinrichtung kann man aus den Datenblättern bei der gewünschten Abschaltzeit entnehmen und mit Hilfe des Ausschaltstromfaktors berechnen. Dabei ist Ia gleich M mal I nenn. In der Grafik sind die erforderlichen Ausschaltzeiten im Verteilernetz, zum Beispiel im Bereich der Verteilungsleitungen sind es 5 Sekunden, Hauptstromkreissteigleitungen sind dabei gemeint oder in Endstromkreisen 0,4 Sekunden, zum Beispiel bei Nullung wie bereits gesagt, gezeigt. Im Bereich des Verteilernetzes oder Verteilnetzes können die Ausschaltzeiten über 4 Sekunden anstehen. Hier noch einmal die maximal zulässigen Ausschaltzeiten gemäß OVE E 8101 für Hauptstromkreise und Endstromkreise, die international koordiniert sind. Details dazu sind in der OVE E 8101 in Teil 4 zu finden. Damit sind wir zum Ende des Clips über Schutzmaßnahmen und Schutzvorkehrungen angekommen und ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Soional für Fragen, dieses Clips über Schutzmaßnahmen und Nullung bezeichnet. Soional für F-Clip ist es in der OVE E 9101 auf den Weg und bei einem Blümung für Glymper füllen. Soional für Glymper auf den Weg zu einer Bühne. Soional für Glymper füllen und Entschwereigungszeiten ist auch schon hier. Soional für Glymper füllen,